Was ist situative Führung? Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Vielleicht hast du dich als Führungskraft damit auseinandergesetzt, was es für Führungsmethoden gibt. Bist du über situative Führung gestolpert und hast dich gefragt, was ist das? Kann ich was davon haben? Bringt mir das was? In diesem Video zeige ich dir ganz genau, was situative Führung ist und was du als Führungskraft davon auch wirklich nutzen kannst und was du davon hast. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Nun, entweder hast du schon mal von situativer Führung gehört. Vielleicht hast du einfach nur gemerkt, dass es da noch verschiedene Führungsmethoden neben deiner eigenen Führungsmethode gibt und du willst wissen, wie das funktioniert. Vermutlich hast du situative Führung schon mal selber erlebt, weil du entweder gut situativ geführt wurdest oder aber du wurdest nicht situativ geführt und deswegen gab es Probleme. Du kannst dir situative Führung so ein bisschen vorstellen wie ein GPS bei der Delegation von Aufgaben bei der Mitarbeiterführung und bei der Mitarbeiterentwicklung. Das Prinzip, die Idee der situativen Führung entstand 1977 und wurde von den Verhaltensforschern und Unternehmern Paul Hershey und Ken Blanchard entwickelt. Und dabei gibt es vier Stufen. Und wenn du diese vier Stufen beherrscht und berücksichtigst, dann wird es deine Führung zum Positiven verändern und deine Art der Führung entwickelt sich dann auch mit den Fähigkeiten, mit der Erfahrung und der Selbstsicherheit deiner Mitarbeiter weiter. Schauen wir uns das ganz konkret an. Die erste Stufe der situativen Führung. Anweisen. Auf der ersten Stufe der situativen Führung geben wir detaillierte Anweisungen. Wo kommt das her und was ist die Idee da dahinter? Nun, wenn ein Mitarbeiter sehr wenig oder gar keine Erfahrungen mit einem Thema hat, vielleicht auch nicht viel Fach-Know-how in dem Umfeld hat, dann hat der oder diejenige hoffentlich auch nicht so viel Selbstvertrauen da drin, sofort gleich riesige Entscheidungen zu treffen. Sondern derjenige wird sagen, okay, ich nehme mich dieses Themas an, das ist in Ordnung, aber ich brauche Hilfe dabei. Ich brauche Unterstützung. Und bei der ersten Stufe sehen wir eben bei einem Mitarbeiter, der wenig oder keine Erfahrung hat, wenig oder kein Fachwissen in dem Zusammenhang der Aufgabe und damit einhergehend auch wenig Selbstbewusstsein, dass derjenige viel und enge Unterstützung von uns braucht. Was wir dann als Führungskraft tun ist, wir geben dem ganz kleine Aufgabenpakete und sagen dann, okay, jetzt geht es um diese Aufgabe. Ich schlage dir vor, dass du diese Schritte hier gehst und dann gehst du diese ein, zwei, drei Schritte und dann kommst du wieder zu mir zurück. Dann schauen wir uns an, was du gemacht hast, was du erreicht hast und dann sprechen wir über die nächsten Schritte. Und das sind wirklich ganz, ganz kleine Dinge, von denen du ausgehst, dass der Mitarbeiter damit zurechtkommt. Damit überforderst du den Mitarbeiter noch nicht massiv. Im besten Fall überforderst du ihn gar nicht oder höchstens ein kleines bisschen, sodass derjenige gleich lernen kann. Aber du verhinderst auch, dass irgendwie großartige Schäden entstehen und Fehler begangen werden. Der Mitarbeiter wird sicherlich dankbar dafür sein, dass er eben nicht alleingelassen wird, mit einem Riesenthema und dann nicht mal weiß, wie er anfangen soll. Ein Hinweis bei dem Anweisen denkt manch einer, das ist doch Mikro-Management. Wenn ich dem detailliert sage, was der tun soll und Mikro-Management soll ich doch nicht machen. Das stimmt. Mikro-Management sollst du auch nicht machen. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Mikro-Management, das bedeutet nämlich, dass ich jemand, der weiß, was er tun soll, sage, was er tun soll oder gar jemand, der weiß, was er tun soll und auch bessere Ideen hat als ich und ich drücke dem dann meine Ideen und meine Vorgehensweise auf. Das ist Mikro-Management. Anweisen ist letzten Endes nichts anderes, als jemandem etwas beibringen, etwas lehren und der andere lernt was. Nun, wenn alles gut läuft, dann lernt der Mitarbeiter in der ersten Phase eben etwas und wir stellen dann nach einer gewissen Zeit, das können ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen sein, merken wir dann, okay, so langsam fühlt der sich wohler. Wir merken das oft nicht nur an den Ergebnissen, sondern auch am Umgang des Mitarbeiters mit diesem Thema. Dann können wir auf die zweite Stufe gehen. Aber wichtig ist eben, dass wir erkennen, okay, der Mitarbeiter kommt jetzt damit schon mal ganz gut zurecht. Dann können wir zur zweiten Stufe der situativen Führung übergehen. Coachen. Coachen ist die zweite Stufe der situativen Führung und hier geht es primär auch um ein inhaltliches Coaching. Denn wir haben ja in der ersten Stufe dem Mitarbeiter erstmal so die Grundlagen beigebracht. In der zweiten Stufe ist er ja noch nicht vollständig selbstständig tätig. Aber derjenige kann dann schon gewisse Dinge selber machen. Bei dieser zweiten Stufe der situativen Führung mit dem Coaching machen wir beispielsweise folgendes, dass wir den Mitarbeiter sagen, so, jetzt hast du ja schon Erfahrung, jetzt machen wir mal die Aufgaben etwas größer. Und mein Vorschlag ist, lieber Mitarbeiter, dass du dann dieses Gebiet auch mal selbstständig bearbeitest. Und immer wenn du dann gewisse Entscheidungen treffen musst, dann kommst du zu mir und dann stellst du mir vielleicht mal zwei, drei Optionen vor, wie du dann weiter vorgehen würdest. Sprich, in der zweiten Stufe beim Coaching ist es so, dass wir demjenigen dann weiter helfen und derjenige noch keine Entscheidungen selbstständig trifft. Aber er soll schon mal sich Gedanken machen, wie er bestimmte Dinge angehen würde, wie er vielleicht gewisse Entscheidungen treffen würde. Er trifft also noch keine, damit sind Risiken minimiert. Auf der anderen Seite merken wir dann, das ist letzten Endes ist einer der Tricks dabei. Merken wir auch, wie weit hat der sich jetzt wirklich schon in das Thema eingedacht und wie weit kann derjenige schon überlegen, Mensch, wie müsste ich denn gewisse Entscheidungen treffen und wie kann ich auch bestimmte Optionen entwickeln. Und wir stehen eben wirklich noch ganz nah dabei. Wir schauen da drauf, wir treffen dann auch die Entscheidungen, die derjenige uns vorgeschlagen hat. Manchmal wird er auch nicht wissen, was er tun soll. Dann sagen wir, okay, was hast du schon überlegt? Welche Optionen hast du schon gesehen? Und das ist eben Coaching. Ganz viele Fragen stellen und vielleicht kommt er dann selber in dem Gespräch noch auf neue Optionen oder wir sagen, okay, das waren schon mal ganz gute Ideen. Schau doch mal auf diese Perspektive, die hast du jetzt noch gar nicht betrachtet. Vielleicht, weil du es eben noch nicht sehen kannst. Ich erzähle dir da noch ein bisschen was dazu. Und dann ist es eben ein Coaching und gleichzeitig noch mal ein bisschen Lehren und etwas beibringen. Übrigens kann es sich da bei dem Coaching inhaltlich natürlich vor allem auch um die Fachlichkeit drehen. Aber es kann auch gut sein, dass du dabei helfen musst, nicht mehr so sehr das Fachliche anzuwenden, sondern die Vorgehensweise zu verbessern oder wie derjenige sich selber organisiert oder wie derjenige dann mit anderen umgeht, falls er dann andere dazu braucht oder von anderen Informationen holen muss. Sprich, dein Blick wird auch größer und du betrachtest dann mehrere Facetten dessen, was wichtig für denjenigen ist, damit er später noch selbstständiger agieren und dann auch selbstständig entscheiden kann. So, das waren zwei von vier Stufen. Ich hoffe, das ist schon für dich klarer geworden, wie sehr dir situative Führung bei der Führung deiner Mitarbeiter helfen wird. Falls dir das Video bislang gefällt, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und sorge durch das Glöckchen dafür, dass du keines meiner zukünftigen Videos rund um die Mitarbeiterführung verpasst. Danke dafür. Kommen wir zur dritten Stufe der situativen Führung. Begleiten Die dritte Stufe der situativen Führung nennt sich Begleiten, weil wir den Mitarbeiter nur noch in Anführungsstrichen begleiten. Das heißt, die delegierte Aufgabe wird jetzt deutlich umfangreicher und wir geben den Mitarbeitern nun auch wirklich Entscheidungsfreiheiten. Wir setzen bestimmt noch Rahmenbedingungen, wo wir sagen, was weiß ich, fiktiv mal angenommen, es geht um den Einkäufer und du sagst zu dem, pass auf, bis 10.000 Euro Einkaufswert kannst du ab sofort selber entscheiden in dem und dem Umfang. Wenn es mehr als 10.000 Euro sind, dann komm bitte zu mir, kannst mir dann entsprechende Vorschläge machen und du solltest mir auch Vorschläge machen, aber über 10.000 Euro setze ich dann meine Unterschrift runter. So hat der Mitarbeiter dann schon mal deutlich mehr Einfluss, deutlich mehr Möglichkeiten und bei diesem Begleiten bist du ja immer noch mit einem größeren Abstand als in den Stufen vorher, bist du aber immer noch relativ nah dabei und kriegst mit, was so läuft. Bei der Begleitenstufe ist es übrigens wichtig, dass du darauf vorbereitet bist, dass auch mal Dinge schief gehen, dass derjenige Fehler macht oder Dinge anders macht, als du es gemacht hättest. Und hier ist es wirklich wichtig, dass du dich auch zurückhältst und auch mal sagst, okay, wenn er das so macht, dann wird es wahrscheinlich schief gehen, aber der Schaden, der dabei entsteht, ist nicht so groß und die blutige Nase, die derjenige sich dabei holt, die ist schon auch mal wichtig. Wir müssen uns alle ab und zu mal eine blutige Nase holen. Solange es eine blutige Nase ist, ist es völlig in Ordnung. Wenn der sich das Genick brechen würde, dann musst du eingreifen. Aber bei dem Begleiten sehen wir eben und beobachten, okay, wie weit agiert der, falls der potenziell einen Fehler macht. Vielleicht ist es auch gar kein Fehler, vielleicht macht er es nur anders als du und du stellst später fest, hätte ich so nie gemacht, funktioniert auch, ist ja toll, dass ich auch noch mal was lerne. Und das ist eben bei dem Begleiten so die wichtige Facette. Derjenige kriegt größere Aufgaben, kriegt wirklich Entscheidungsfreiheiten, wo derjenige entscheiden kann, aber gewisse Grenzen, Rahmenbedingungen definieren wir trotzdem, über die hinaus derjenige dann nicht entscheiden soll. Und wir sagen auch, pass auf, bei bestimmten Problemfällen komm einfach auf mich zu und dann entscheiden wir gemeinsam, wie wir weiter vorgehen. Kommen wir zur vierten Stufe der situativen Führung. Übergeben. Beim Übergeben, beim kompletten Delegieren von Aufgaben auf der vierten Stufe der situativen Führung legst du nur noch fest, wann du informiert wirst. Du definierst vielleicht auch noch mal irgendwelche Grenzen, wo derjenige dann doch noch mal zu dir kommt, um möglicherweise von dir bei der Entscheidung dann den letzten Haken dran zu kriegen. Also jetzt entscheidet der Einkäufer nicht mehr über 10.000 Euro, sondern über 10 Millionen und du sagst, okay, wenn es dann 15 Millionen werden, dann wüsste ich doch ganz gerne vorher darüber Bescheid. Aber ansonsten hat derjenige wirklich Entscheidungsfreiheit, der kann komplett eigenständig handeln. Aber was bedeutet das? Der Mitarbeiter muss sich das auch zutrauen. Manchmal musst du Mitarbeiter dabei dann auch ermutigen und sagen, trifft doch die Entscheidung. Es kann gut sein, dass jemand eigentlich schon in der Phase ist. Du weißt auch, der wird die richtigen Entscheidungen treffen. Tut es aber nicht, weil er dann doch immer noch ein bisschen ängstlich ist oder sowas. Das ist in Ordnung, das ist natürlich. Wenn der dann zu dir kommt, dann sag bitte nicht, okay, dann entscheide so, sondern sag, okay, also du hast die Entscheidungsfreiheit. Ich traue dir auch zu, dass du das Richtige entscheidest. Entscheide. Solange du nicht den Eindruck hast, dass der wirklich nicht weiß, was er machen soll, dann musst du helfen. Aber wenn derjenige sich das nur nicht zutraut, dann ermutige denjenigen, dass derjenige die Entscheidung trifft, nicht du. Du hältst dich also bei der übergeben, bei der delegierten Phase oder der Phase, wo du dann alles delegierst, komplett raus. Die gesamte Verantwortung liegt dann beim Mitarbeiter. Der hat das Fach-Know-how, der hat die Entscheidungskompetenz und auch das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, entsprechend die Entscheidungen zu treffen. Und wie gesagt, auch bei der dritten Phase habe ich schon gesagt, du musst dann auch demjenigen Fehler zugestehen. In der vierten Phase natürlich auch. Die Fehler können da immer noch passieren. Sie sollten möglichst nicht zu groß werden. Aber bei dieser Komplettdelegation hast du ja schon vorher sichergestellt, dass derjenige auch weiß, wie er dann mit der Verantwortung auch tatsächlich umgeht. Und letzten Endes ist in diese vierte Phase, auf diese vierte Stufe zu kommen, der Idealzustand, weil du als Führungskraft dich dann auf deine Führungsaufgaben konzentrieren kannst. Du kannst strategische Themen angehen. Du kannst dich mit demjenigen dann darüber unterhalten, wie du ihn weiterentwickelst, wie du das Team, die Abteilung, das Unternehmen größer machst. Aber du kümmerst dich nicht mehr um die kleinen Details und musst auch gar nicht mehr involviert werden, auch in größeren Projekten, sondern sagst, du machst es, ich vertraue dir voll und ganz. Wenn Probleme da sind, komm ruhig zu mir. Ansonsten weiß ich, dass du es gut machst. Der Reifegrad. Nun, das, was ich bislang beschrieben habe, nennt sich Reifegrad, also im Modell von der situativen Führung, nennt sich das Reifegrad. Also diese Entwicklung der Mitarbeiter über die Zeit hinweg. Der Mitarbeiter wird reifer im Sinne von mehr Erfahrung, mehr Fachwissen, mehr Entscheidungsfreiheiten, Freiheiten, mit denen derjenige umgehen kann und mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, die Entscheidungen auch zu treffen. Jetzt sieht der Pfeil natürlich toll aus, dass es in die Richtung geht. Zum einen nicht jeder Mitarbeiter will irgendwann mal wirklich komplette Verantwortung übernehmen. Also es wird Mitarbeiter geben, die irgendwo stehen bleiben und es wird andere geben, die relativ schnell da durchzischen und wirklich auch die Verantwortung tragen wollen. Aber, wie gesagt, es ist keine Einbahnstraße. Es gibt auch, das ist eben ein Risiko oder eine Geschichte, die passieren kann, es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand zurückfällt. Ein Rückfall auf eine niedrigere Entwicklungsstufe in der situativen Führung. Wie kann das passieren? Mal mal ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Ich hatte mal, ich habe ja früher eine IT-Firma gehabt. Ich hatte einen super Softwareentwickler, der hat unheimlich viele Sachen komplett eigenverantwortlich gemacht und wir hatten dann ein wahnsinnig wichtiges Projekt, das fertiggestellt werden musste mit sehr viel Öffentlichkeitswirksamkeit, sagt man so, glaubst du, sagt man. Und das hat ihm unglaublich viel Druck gemacht. Nicht ich habe ihm den Druck gemacht, sondern er selber. Und er war auf der Stufe 4 und ist dann zurückgefallen und konnte plötzlich seinen Tag nicht mehr organisieren. Und die Lösung war dann, nachdem wir das erkannt haben, dass ich ihm dann dabei geholfen habe, indem ich einfach jeden Morgen hingegangen bin und gesagt habe, sowas hast du für heute vor. Ich habe da nicht reingefummelt. Ich hatte keine Ahnung, was der tun muss. Ich habe mir nur zeigen lassen, er hat letzten Endes dann für sich selber geplant, was er den Tag über vorhat. Dann habe ich ihn gefragt, okay, meinst du, du kriegst es hin? Er hat gesagt, ja oder nee, da habe ich mir zu viel vorgenommen und dann hat er gearbeitet. Das war dann so ein Zurückgehen auf Stufe 2 des Coachings. Und dann hat er aber nach relativ kurzer Zeit in ein paar Tagen festgestellt, okay, jetzt kann ich mich wieder organisieren. Und zack war er zurück auf Stufe 4 und hat dann wieder volle Verantwortung übernommen. Am Anfang habe ich gesagt, situative Führung ist sowas wie ein GPS der Führung. Und ich denke, du siehst, durch diese vier Stufen, die absolut einfach nachvollziehbar sind, kannst du sehr nachvollziehbar identifizieren, wo steht ein Mitarbeiter? Was braucht er dann von mir als seine Führungskraft? Was muss ich tun, um den weiterzuentwickeln? Und wie du auch gesehen hast, bei meinem Beispiel, es kann auch mal einen Schritt zurückgehen. Da musst du eben auch aufpassen, ein GPS aktualisiert ja auch immer wieder die Position. Und es geht eben nicht nur in eine Richtung, sondern es kann auch mal wieder zurückgehen. Ich habe zu der situativen Führung auch einen Artikel geschrieben. Den Link dazu findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Sag mal, hast du eigentlich schon meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch gegeben? Denn wenn du jetzt noch dabei bist, gefällt dir hoffentlich das Video? Dann vielen Dank. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann habe ich jetzt zwei weitere Videos, die dich ebenfalls interessieren werden. Und denk immer dran, Glück ist ein Talent.